Das Baby kommt. Na endlich! Mein Junge wird geboren. Hier sind zu viele Menschen. Bitte geht, Paul und Julia. Ich möchte aber bei Max' Geburt dabei sein. Nein, geh mit Julia raus. Aber warum denn, Schatz? Es ist deine Schuld, dass Julia uns nicht in Ruhe lässt. Pass draußen auf sie auf. Ich will aber auch hier bleiben. Nein, ganz bestimmt nicht. Doch, ich bleibe hier. Meinst du das jetzt ernst? Ich stehe kurz vor der Geburt Julia. Spaß! Komm, Schatz, wir gehen vor die Tür. Was willst du da machen? Hi, das siehst du dann. Das wird so cool. Geht jetzt bitte. Ich muss mich auf die Geburt konzentrieren. Aber ich bleibe bei dir, Mama. Ja, mein Schatz, du kannst bleiben. Komm, Paul, wir stören hier nur. Ruf mich, wenn du mich brauchst, mein Engel. Ja, mach ich. Geh jetzt. Okay, ich liebe dich, Schatz. Ich liebe dich auch. Ich habe doch nicht dich gemeint. Frau Müller braucht jetzt wirklich Ruhe. Oh, wir gehen sofort. Komm, Julia. Okay, Hase. Wie lange dauert es, bis Max kommt? Das kann ich nicht genau sagen. Aber ich schätze in weniger als einer Stunde. Okay, ich bin schon sehr aufgeregt. Ich auch, aber ich habe auch Angst vor den Schmerzen. Ich werde sie bei allem unterstützen. Wegen dir kann ich nicht bei der Geburt dabei sein. Ist doch egal. Ich habe schon etwas für uns geplant. Was denn? Nicht schon wieder Bomben, oder? Nein, etwas viel Besseres als Bomben. Lass dich überraschen. Ich mag keine Überraschungen von dir. Immer explodiert etwas, oder wir landen in der Karibik. Willst du wieder in die Karibik? Nein, du Verrückte. Ich bin nicht verrückt. Stopp, ich habe es nicht so gemeint. Ach so, gut. Ich zeige dir jetzt die Überraschung. Na, da bin ich aber gespannt. Geh voran. Hihi, das wird so gut. Sie müssen pressen, Frau Müller. Ich schaffe es nicht. Es tut so weh. Doch, das schaffen Sie. Sie müssen drücken. Du schaffst das, Mama. Also, wo ist die Überraschung? Gib mir noch fünf Minuten. Okay, dann gehe ich so lange auf Toilette. Das passt sehr gut. Bis gleich. Bis gleich, du Verrückte. So, jetzt muss ich die Gäste begrüßen. Ich freue mich so sehr auf Max. Julia macht mir aber Sorgen. Ich frage mich, was sie vorhat. Hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid. Danke für die Einladung. Ja, danke. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ist ihr Verlobte auch da? Ja, der ist auf Toilette. Wir können schon mal hoch. Folgen Sie mir. Ja, gerne. Julia hat Bomben am Eingang platziert. So kommen wir nicht herein. Wir müssen die Bomben entschärfen. Ich habe gar keine Lust, zurück zu Julia zu gehen. Ich wünschte, ich hätte Pia nie mit ihr betrogen. Dann wäre das alles nie passiert. Naja, mal schauen, was die Überraschung ist. Wo ist denn der Bräutigam? Ich hole ihn. Ihr könnt euch schon mal hinsetzen. Alles klar, das wird so schön werden. Hihi, ja, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Es tut so weh. Ich weiß, Frau Müller. Sie haben es aber gleich geschafft. Wirklich? Ja, ich sehe bereits die Haare. Okay, ich strenge mich noch mal an. Weiter so, Mama. Du schaffst das. Was machst du auf der Männertoilette? Ich wollte gucken, wo du bleibst. Ich muss groß. Das dauert halt. Wenn du fertig bist, will ich, dass du das anziehst. Warum das denn? Du sollst doch gut aussehen, wenn dein Sohn auf die Welt kommt. Hm, okay, vielleicht hast du recht. Komm zum Wartebereich, wenn du fertig bist. Alles klar. Sie machen das gut, Frau Müller. Ja, Mias Geburt war noch schmerzhafter. Kein Wunder. Gucken Sie sich mal Ihren riesigen Kopf an. Das war gemein. Du hast einen wunderschönen Kopf. Mein Schatz. Danke, Mama. Naja, geht so. Pressen Sie noch mal, Frau Müller. Das schaffen Sie. Ja, ich versuche es. So, ich ziehe jetzt auch noch schnell mein Brautkleid an. Das wird so eine schöne Hochzeit. Oh nein, das Krankenhaus steht aber in Flammen. Ich hoffe, alles wird gut. Ich komme, mein Schatz. Ich kann wirklich nicht mehr. Frau Müller, Sie müssen noch mal pressen. Es fehlt echt nicht mehr viel. Komm schon, Mama. Ich weiß, du wirst es schaffen. Okay, ich presse weiter. Der Rauch wird immer mehr. Was ist denn hier los? Wer sind diese Leute? Überraschung. Wir werden jetzt heiraten. Bist du bescheuert? Ich werde dich nicht heiraten. Doch, das wirst du. Sonst wirst du deinen Jungen niemals sehen. Was passiert hier? Julia zwingt mich, sie zu heiraten. Was macht ihr alle hier? Julia hat mir 200 Euro gegeben. Mir auch. Ihr Leute bekommt Geld? Sie hat mir ein Essen versprochen. Heirate mich, Paul. Du wirst damit nie aufhören, oder? Genau, dafür liebe ich dich zu sehr. Wir werden eine Familie gründen. Aber ich habe doch eine Familie. Und mein Sohn wird gleich geboren. Also lass mich endlich in Ruhe. Nein, Max wird mein Stiefsohn. Fangen Sie an. Na gut. Ich halte es nicht mehr aus. Machen Sie einen Kaiserschnitt. Nur noch ein oder zweimal pressen. Sie und Max haben es fast geschafft. Nein, bitte machen Sie einen Kaiserschnitt. Das kann ich nicht machen. Max ist fast da. Pressen Sie jetzt. Du schaffst das, Mama. Okay, ich gebe nochmal alles. Ich beginne jetzt. Sehr gut. Wir sind hier zusammengekommen, um diese Frau und diesen Mann zu vermählen. Ich bin eigentlich nur wegen des Geldes hier. Ich auch. Willst du, Julia, Paul zu deinem Mann nehmen? Ja, ich will. Willst du, Paul, Julia zu deiner Frau nehmen? Nein, das will ich nicht. Und was machen wir jetzt? Er muss Ja sagen. Du musst Ja sagen, Paul. Nein, das werde ich nicht. Es reicht mir. Schieß doch, wenn du willst. Weiter, ich sehe den Kopf. Oh mein Gott, ich auch. Ein letztes Mal pressen, Frau Müller. Okay. Ich halte es nicht mehr aus mit dir. Lass mich endlich in Ruhe. Aber ich liebe dich. Ist das Max? Oh mein Gott, mein Junge. Hallo, Max. Er ist so süß. Ich kann ohne Paul nicht leben. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Herr Doktor. Sie sehen so glücklich aus. Guck mal, Julia, mein Bruder ist da. Was willst du, Julia? Ich sollte Paul und seine Familie in Ruhe lassen. Mach es gut, Paul. Ich hoffe, du bist glücklich. Ja, danke. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch eine Folge zu sehen. Guck mal, menge. Ich hoffe, du bist glücklich. Vielen Dank.